Fledermauskästen hängt da überall So, das ist jetzt der Zugang zum Hartenfels Es ist ganz schön steil So, das ist jetzt der Zugang zum Hartenfels So, das ist jetzt der Zugang zum Hartenfels So, das ist jetzt der Zugang zum Hartenfels Ich habe mir schon gedacht, das sind Aussichtsfelsen Das ist jetzt der Zugang zum Hartenfelsen Das ist jetzt der Zugang So, das ist jetzt der Zugang zum Hartenfelsen 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 So, dann gehen wir mal auf den Hauptfallfelsen Tour schönen Aussicht Mit dem Gipfelkreuz Gipfelkreuz 531 Meter. Ja, die Aussicht ist schon klasse. Das ist Neukirchen. Und da geht es ganz schön unter. Die Box zum Gipfelbuch. Sehst du die Auflage? Da schreibe ich jetzt auch schnell eine. Das ist der Nachteil, wenn man am Samstag an solche Flecken fährt. Da kann man immer wieder besuchen. Und da war jetzt jemand mit dem Hund. Komm mal, Jelta. Komm. Dann noch schnell der Rundblick vom Gipfelkreuz aus. Komm schon hoch. So, jetzt fängt wieder das Regen an. Ich mache mich jetzt auf den Rückweg und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.